Hallo zu einer weiteren Folge Minecraft, in dieser Aufnahme sind dabei schon wer, Marcy, Rob, Rocky, später auch Lutz, und ist der Teradast. Viel Spaß! Untergeflogen. Hallo Rocky, da bist du ja, du perverse Stück Scheiße. Hat er das endlich in den Call geschafft? Ja. Hallo Marcy. Also der ist gestummt wie der echte Marcy. Hallo Marcy. Dabei ist ein Fake Marcy. Der wahre Marcy. Das stimmt nicht. Du bist Rocky. Da steht ne Geburtssteinkunde. In der wahre Marcy. Nee, bei dir steht Rocky. Ja, der wahre Marcy. Deine Geburtsurkunde ist auch so eine Steintafel. Au. Au, das hat mich jetzt verletzt. Ja, meine Gefühle sind einfach kollabiert. Ja. Cool. Heißt das, du hast Oga, oder? Ich verstehe nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. I don't fucking know. How should I know? I'm only so schwer. Also, kann man Trichter mit Redstone irgendwie aus- bzw. zu-machen? Ja. Echt jetzt? Ja, glaub schon. Kannst du auch ne, ganz einfach an Ausschaltung mit dem machen. Wie? Kann ich einfach Redstone hinmachen und dann sagen die, ich lass mich nicht mehr durch? Ja. Ja. Krass, wusste ich nicht. Finde ich gut. Mach's noch. Du, behindertes Stück. Danke, das ist echt cool. Danke. Mieses Stück, Kot? Was geholfen? Sod brennen? S-O-T. Brennen. Halt's mal auf. Stille ist nochmal so schön, einfach. Naja. Vor allem, wenn du- fuck you! Hallo? Nein! Der Block hat sich gerade einmal wieder abgebaut. Ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Nee. Er hat einen Arschloch. Äh. Heee! Ist auch nicht okay an sich, aber irgendwie unterstütze ich's ja doch. Ich glaub, der Server macht da komische Dinge. Der baut teilweise meinen Scheiß wieder ab. Bei mir ist das doch grad... Ja gut, schlecht ist das nicht, aber 19,5. Ich hab's das Gefühl, das liegt an R-O-B-S-Verbindung. Ich weiß nicht. Naja, ist schon. Naja, ist sicher. Hm. 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 Kann ich sagen, bei mir legt's auch einfach so. Weil bei R-O-B-S mit Schuhe geht jetzt eigentlich die ganze Zeit. Töfte. Ich platziere recht selten gerade Blöcke, aber wenn ich nicht platziere, funktioniert. Ja, das ist schon nett. Bei mir auch, hä? Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Hä? Ach, Jodelbert. Ja. Wieso? Ja? Ach, ich sing einfach nur. Jodelbert! Jodelbert, Jesus, Hex. Berti, die alte Jodel-Sau. Sagst Frank und verbrügelst dann eine Frau. Hurra! Ich war übrigens Peter unterwegs und hab mir nochmal drei Wirra-Skelettschädel besorgt. Dann haben wir schon mal. Krass. Dann spawn ich jetzt in irgendeinem Keller, aber nicht in meinem. Ja. Hm. Warte, war ich... Oh. Stimmt. Das hab ich ja... Und so und hier und da. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja. Hoppala. Na gut. Gar nicht gut! Scheiße! Gar nicht gut. Das ist jetzt ehrlich. Ich mag ihn! Ich mag ihn nicht! Ich mag ihn nicht! Ey, was baut eigentlich gerade hier so? Ich baue eine Farm, da drückt man dann einen Knopf und dann ist geil. Die Nase von Greil. Greil. Netherrack. Netherrack? Achso, weißt du, ich verwechsel das immer mit Netherbrick und dann denke ich mir, bist du dumm? Ja, aber bist du dumm? Du darfst Lust aber auch nicht sagen, dass du schon alles abgefarmt hast und dann einfach alles wieder aufgefüllt hast mit Netherrack, weil du zu viel hattest. Nicht sagen! Habe ich auch nicht. Ich habe ja gesagt, nicht sagen. Ja, dann ist gut. Du meinst, da wo du schon alles abgebaut hast? Nein! Nein! Ich glaube, er ist uns auf der Spur. Ne, das Problem ist, da war Rocky auch vor kurzem unterwegs und da ist klar, dass da nichts mehr da ist. Scheiß Hecke. Ja, ich bin jetzt einfach zwei, drei Blöcke runter. Wärts. Schon wer es runter wäre. Oh, 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 oh. Ja, natürlich. Ja, das hat er bestimmt nötig. Ja, schlimm mit ihm. Das finde ich nicht okay. Finde ich nicht zu petrisch. Ich finde das okay. Manchmal muss ich einfach weinen neben dem. Ja. Oh, fuck. Ich muss lernen, besser zu fliegen. Ja, lange haben wir die ja auch noch nicht. Kleinere Sachen zu landen und sowas. Ich meine, einfach so normal fliegen kann, aber halt. Ist einfach zu schwer. Schon wäre es nicht zu schwer. Er ist perfekt schwer. Weil so fett ist. Er ist schwer, zu schwer. Ich glaube, das geht nicht. Das geht nicht. Du sagst das Spiel aber was anderes. Der war zu heiß. Ohne Scheiß. Um das nach. Kannst du einfach bleb 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 und blub 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 blub. Au. Au. Ich habe meinen Vorderzahn ein wenig geschlagen mit einer Flasche. Oh, das ist unangenehm. Oh, ja. Das ist unangenehm. Und unangenehm. Das findet der schon wer unangenehm. Ungenehm. Und das findet der schon wer nicht garnelentastisch. Lalalalala. Lalalalala. Oh, ne. Lantern. Wie macht man die Dinger? Iron Nuggets und Torches. Das war's genau. Oh. Oh. Es sind doch drei. Nein, verpiss dich. Das ist alles was ich wollte. Drei stücke. Alles was ich wollte. Ja. Das ist doch schon so. Fucking. Fucking. 18 Stück. Ich habe gehört. Du hast gelernt. Ja. Das war's schon. Das ist einfach nur gelernt. Ja. Das ist nicht. Das ist nicht okay von dir. Ähm. Finde ich nicht gut. Oh. Hä? 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 Ich kann einen großen Teil von meinem Gebäude. Gebrauch gar nicht. Mit einen großen Teil meine ich einen winzigen Teil. Aber ich kann das wegreißen. Cool. Aber dann wird das perpetrisch, oder? Ihh. Nicht mehr so cool. Ja. Merke ich. Oh. Stimmt uncool sogar. Oh. Furzscheiße. Kackapupu. Na dann kann der Mist hier weg. Oh. Okay. Hallo Basti. Web. Der ist doch bestimmt die ganze Zeit auf der Karte. Das finde ich nicht okay. Hier habe ich meine Feste in die Hand nehmen. Oh. Ich würde überlegen. Aber ich kann nicht. Das ist ein Problem. Überlegen. Okay. Wie viel willst du mir denn geben für Mending? Ich würde sagen 3 Netherite Rüstungsteile, die voll verzaubert sind. Mindestens. Ich hätte irgendwie lieber einfach Netherite, aber weil dann was fehlt. Das kannst du ihm ja zurücktauschen. Da kannst du eine Netherite Ausrüstung gegen 2 Netherite tauschen. Oh. Richtig. Cool. Ja. Was braucht Beschwerden? Ähm. Immer noch Quarzblöcke. Quarz. Nur Problem ist. Wending ist mittlerweile. Recht. Sehr. 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 Wichtig teuer geworden, weil wir ja keinen Händler mehr haben. Momentan. Ich bin. Aber ich mach da was. Was? der Preis. Der Preis. Äh. Der Preis. Das sich der Preis erhöht. Ich würde ja nicht zu lange warten. Ja. Wenn ich das kaufe, dann sagt er auf einmal. Oh ja. Es gibt wenig Mendingbücher. Jetzt würde ich auf einmal 10 Stacks haben. Ja. Nachdem ich ein Buch gekauft habe von Ihnen. Du musst doch nicht so lange warten, Mensch. Ja. Okay. Wenn der Preis stimmt, stimmt der Preis. Dann muss man zuschlagen. Schlagt schon wer. Ja. Es ist. Richtig. Ich brauche nicht unbedingt mein Ding direkt. Glaub mir. Ja. Aber noch nicht jetzt. Doch, 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 doch. Glaub mir. Lassen wir einfach machen was man möchte. Äh. 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 Da siehst du wie chinesisch wer ist. Der wird sich richtig krass den Preis erhöhen lassen. Hm. Was ist, wenn der mir jetzt irgendwelche chinesischen Plagiate verkauft? Ja. Ist verkackt. Das ist, äh. Da solltest du schlau genug sein, das zu erkennen. Richtig. In dem du zum Beispiel liest, ob da dran steht. Made in Germany. Mending made in Germany. Mending. Hehehe, sehr richtig. Also im Kina Zeug steht ja dran, das ist scheiße. Genau, da steht er dran. Weißt du, was ich jetzt überlege, geht das so? Ich glaube, es ist definitiv ein Klagiat, ich meine, ich mein, ich habe so viel Sushi wie er ist. Er müsste eigentlich schon Schlitzis bekommen, meinst du? Wie funktioniert? Ich glaube, er ist schon einer. Ich hab ja Musik an und so Ja Ach hier Steffron Scheiße laut Ancient Debris Drei Stück Drei Stück